Hallo zusammen, mein Name ist Hamza Raya. Heute gibt es ein Video, auf das habe ich mich schon lange gefreut. Das letzte Video haben wir vor zwei Jahren in Chur. Rassistische Witze in Chur habe ich euch verlinkt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Heute gibt es die Fortsetzung, aber in der wunderschönen Stadt Zürich, meiner Stadt. Wir erzählen zu den Leuten ein paar rassistische Witze und hoffen, dass wir weder zusammengeschlagen werden noch sonst auf der Intensivstation landen. Jetzt sind wir da mit dem... Mert. Mert, du bist ursprünglich? Ursprünglich aus der Türkei, aber Kurt. Kurt von der Türkei? Also, ich habe einen Kurdenwitz für dich. Hi. Was ist der Unterschied zwischen einer Pizza und einem Kurt? Ist das halt ein Gämser? Pizza hat einen Boden. Heide, also, jetzt sind wir da mit dem... Ardi. Ardi und? Mendim. Ihr seid von? Ursprünglich oder was? Ja. Von Kosovo. Du bist auch Albaner? Ja, ich bin Albaner. Also, Albanerwitz. Warum gibt es in Albanien keine Samenbank? Ich auch nicht. Weil die ganzen Wichser da sind in der Schweiz. Das war gut. Jetzt sind wir da mit dem... Cem. Cem freut mich. Du bist? Türkei. Richtiger, wahrscheinlich der Türkei. Ja, gut. Sogar Tattoo. Zeig mal von euch. Made in Turkey. Also, ein Türkei-Witz. Einer. Einer. Warum... Warum... Warum lässt sich Türkei in Schnauz wachsen? Alle... Alle wollen aussehen wie Ibrahim Tattoo. Nein, damit sie mit dem Ausweis von der Mutter in den Klub kommen. Jetzt sind wir da mit dem... Mit dem Walon. Walon, du bist Albaner? Ja, voll. Einer? Schon mir. Okay. Ich bin ja... Ja, ich bin ja gut. Mir, mir. Also, ein Albanerwitz. Wie nennst du Albaner in der Kanalisation? Oh... Keine Ahnung. Bademeister. 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 Oh, gerade so, hm? Der war schlecht. Der war schlecht. Also, jetzt sind wir da mit dem... Kenji. Kenji, geiler Name. Das ist japanisch? Genau. Du bist Asiat? Halb Asiat, halb Japaner. Halb Japaner, das lange glaube ich. Also, ich habe einen Asiaten-Witz. Was ist der Unterschied zwischen Rassismus und Asiaten? Erzähl es mir. Rassismus hat mehrere Gesichter. Emotional, dammit! Danke, danke. Macht's gut. Es läuft. So. Wir brauchen einen Schwarzen. Also, Mbote. Nasa Awana, Famine Angai. Nasa Awana, Deku, Nangai. Nkombona, Yonani. Bilu. Bilu. Nase Pelimingi. Nase Pel patience. Nase Pelimingi? Nase Pelimingi, Nase Pelimingi. 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 Also, gut. Also, wir erzählen rassistische Witze an die Leute. Ist gut? Ja. Ok. Warum haben schwarze, weisse Handflächen? Wieso? Weil jeder gute Zeit an sich hat. Hahaha! Ich höre ihr liebte Witz, Mann. Also, wir sind hier mitten. Gezde. Nasasin. Imsasas. Benyi. Du bist Türkin? Genau, ja. Also, ich habe einen verdammten schlimmen Witz. Sitzt alle ab, denn er ist wirklich schlimm. Was ist grün und blau und hat keine Lust auf Sex? Keine Ahnung. Die neue Türkin im Frauenhaus. Das ist schlimm, ich weiss, aber er ist gut. Er ist gut. Also, wir sind hier mitten. Astrid. Astrid, du bist ursprünglich? Lufingen-Embach. Ja, aber von welchem Land? Kosovo natürlich. Ich weiss es, weil ich es nicht kenne, seit ich 4 oder 5 bin. Also, Albaner. Ich habe einen Albaner-Witz. Warum sind Albaner noch nie in die Welt herumgeflogen? Weiss ich jetzt nicht. Weil du Racketen nicht leisen kannst. Riesemaschine da, man will noch mehr wachsen. Wie alt bist du? Ich bin 18. Wie lange wächst man eigentlich? Keine Ahnung, bis 24. Bis 24? Alter, du bist länger als Ramadan, Mann. Ich schwör. Also, du heisst? Mihailo. Mihailo. Von wo bist du ursprünglich? Serb. Serb. Okay. Serb-Witz. Ist okay? Rassistischer Witz. Also. Was ist der Unterschied zwischen einer toten Jugo auf der Strasse und einer toten Katze auf der Strasse? Keine Ahnung. Vor der Katze hat es Bremsspuren. Es war ein Langbruch, Mann. Es war ein Langbruch, Mann. Wir haben Maas und Ismak. Jussef. Jussef, Scharafna. Und du hast noch einen Aslak? Ein Asli Kurdi, Münsuri. Also, er ist ein Kurd von Syrien. Also in diesem Fall ein Kurde-Witz. Was hat ein Blinde und ein Kurd gemeinsam? Sie haben beide noch ihr Land gesehen. Der ist gut. Er ist neu. Können wir noch einen sagen? Ja, bitte. Also, einen von ihm. Was ist der Unterschied zwischen Spass und Kurdistan? Spass hat Grenzen. Ja, genau. So. Jetzt sind wir da mit einer jungen Damen. Dein Name ist? Kya. Kya, du bist ursprünglich von? Äthiopien. Und von welchem Kanton? Graubünden. Graubünden? Ja. Das heisst, du wirst diskriminiert wegen der Hautfarbe und wegen des Kantons? Ja, ein Bündner. Ist schon gut. Also, nein, komm. Also, du bist Äthiopierin. Ich habe einen Äthiopier-Witz. Was sagen Äthiopier beim Versteckspielen? Erzähl. Komm hinter einem Basenstil führen, du Fettsack. Schau, sie lacht am meisten. Sie lacht am meisten in die Rassistin dort. Sie hat über den Äthiopier-Witz gelacht. Wie heisst du? Mona. Mona, du bist von wo? Von Chur. Und ursprünglich? Somalia. Somalia? Okay, okay. Was steht in einem somalischen Lift? Ich weiss nicht. 200 Kilo oder 400 Personen? Der ist jetzt voll nicht lustig. Der ist lustig. Der ist lustig. Der ist lustig. Film sie und sag mir, ob es nicht lustig ist. Ich habe nicht, dass die Kolleginnen sich gegenseitig auslachen. Wir haben die letzte Kandidatin. Dein Name ist? Estrella. Mega schöner Name. Von wo bist du? Kongo. Ah, Osa-Kongolais? Ja. Osa-Ki-Toko. Bolimu-Nangai. Merci beaucoup. Also, welche Waffen gibt es in Afrika nicht? Ich habe doch keine Ahnung. Wasserpistolen? Du bist so ein Arsch. Hahahaha. 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 Eigentlich müssten die Leute mich dissen und einen Araberwitz machen. Aber er würde auch einen schwarzen Witz erzählen. Also, äh, was bekommt einen schwarzen zum Weihnachten? Hunde. Keine Ahnung. Hunger. Waaaah. 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 Ich habe gemeint Aids. Hahahaha. 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 Also, ich erzähle einen Joke über Araber. Man muss ja über sich selber lachen können. Kennst du das als Araber, wenn du deine Frau zusammenscheissen und sagst, hör mal auf so kindisch zu tun und sie schaut dich an und sagt, aber ich bin erst acht und du, oh ich habe es vergessen, stimmt. Was stimmt? Passiert mir jedes Mal! So, ich glaube das war es. Ich habe das Video aus einem Grund gemacht, einfach um den Leuten zu zeigen, Leute, nehmt euch nicht zu ernst, ihr müsst über euch selber lachen. Erst wenn ihr euch nicht zu ernst nehmt, entfernt ihr einfach die Mauern, die zwischen uns sind, dass wir uns ein wenig näher kommen können. Wir müssen miteinander lachen, über sich selber lachen können. Händ euch gerne, umarmt euch. Das wäre es, ich hoffe es hat Spass gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das finde ich geil, wenn ich mit Humor nehme. Geile Siehe, ich schwöre. Geile Siehe, ich schwöre. Geile Siehe, ich liebe mit Humor. Kenji hat Humor. Du bist so ein Arsch. Oh mein Gott. Du bist so ein Arsch. Jessie rechtsgefTH. Genau so ein Arsch. Gib Certik. ич nen AuRsch. Bis zum nächsten Mal.